So, die ersten Assassinen. So, die, 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 die. Für die Macht Norrs. Norr ist mit uns. Das ist übrigens das Satz der See. Ich glaube die dunkle Elfe. Ja, sind wohl. Ach, sind gleich groß ungefähr. Die Assassinen tragen auf jeden Fall interessante Masken. Gebt euren Befehl. Also ja, erstmal hier das Lager ausräuchern, damit wir von da oben Ruhe haben. Und dann werden wir die Keulen oger, damit wir mehr Eisen kriegen. Da sehen wir ja, wo wir weitergehen müssen. Also ja, wenn man sich so ansieht, ist das wieder eine recht langgezogene Insel. Also wir alle P So, bald sollte auch mal Erntezeit sein. Ich bin unwürdig. Ich bin über eine schwarze Schule. Äh, nicht eine schwarze Schule, einen Onyx-Turm errichten. Ich bin unwürdig. Oh, da kommt mal wieder ein Speer von oben. Oh, das erste Essen kommt rein. Sehr gut. Hier könnte ich eigentlich dann noch ein Onyx-Turm hinbauen. Ich habe ja genug Arbeiter. Ja, hier passt noch super einer hin. So, ich kann das erste Upgrade geben. Und auch weitere Assassinen ausbilden. Wie gesagt, ich will schnell das Aria sichern hier oben. Erstmal, dafür muss erst mal das Lager hier weg. Dann gucken wir mal, ob wir das hier auch gleich einreißen sollten. Das Gebäude ist fertig. Meister, das Gebäude ist fertig. So, mir hat sich... Ich heile, Meister! Dahin, zurück. Für die Ehre! Ja, Ehre unter Dunkelhälfen. Hm. Das war's für heute. Da kommen wieder Erkundungseinheiten. Also ja, Stein sollte kein Problem sein. Hi Da kommt auch schon wieder einer Für die macht nors Wir sind selber, glitzert der Tod. Na kommt, dann dürft ihr ihn töten. Ihr seid ja genug Assassinen. Auf meinen Befehl. Hier nach. Auf. Ganz ehrlich, wenn die Beil-Oger jetzt ihr Lager leeren, oder die Oger ihr Lager leeren, dann ändert das ein bisschen die Sache. Für die Ehre. Für die Macht nors. Für die Macht nors. Der Tod ist nur der Anfang. Vorsicht, Gegender. Der Tod ist nur der Anfang. Rohnenkrieger zu mir. Die Linien dürfen nicht brechen. Der Tod ist nur der Anfang. Okay. Stand halten, Männer. Geht weg. Glor ist mit uns. Die Schlacht ist nahe. Lasst uns kämpfen. Ah, ah, nein! Da nutzen wir das jetzt mal aus. Sie töten mich, Meister. Sie töten mich, Meister. Eure Gegenwehr ist vergebens. Eure Gegenwehr ist vergebens. Sie töten mich, Meister. Was ihr wünscht? Ja! Gebt euren Befehl. Glitzt hat der Tod. Lasst uns kämpfen. Auf mein Zeichen. Schnell! Oh, jetzt kommt von oben welche. Eure Gegenwehr ist vergebens. Vorwärts, Krieger! Vorwärts, Krieger! Gebt euren Befehl! Gebt euren Befehl, Krieger! Hier bin ich, Meister! So, mehr Eisen für uns. Ist gut. Habt Geduld, Meister. Gerbe! Sofort, sofort! Na gut, dann bauen wir's drauf. Wir sind der Tod. Silvan glitzert der Tod. Wo haben wir noch überall Verluste jetzt erlitten? Hier sieht nämlich alles nur in Ordnung aus. Für die Macht Norrs. Nor ist mit uns. So, da kommt schon der nächste Angriff. Ich gehorche, Meister. Alles, was ihr wünscht. Wie kann ich Ihnen? Ja, töten wir noch den Speer da. Okay, das Lager kommen wir nicht rein. Also nicht von der Seite. Außer natürlich, sie machen uns irgendwann die Tür auf. Ah ja, wir kriegen Eisen zusammen. Wir können sogar schon... Wir sollten noch fünf in Auftrag geben. Spinnenflüsterer. Ah. Aber gut. Äh, wir speichern jetzt hier das Let's Play. Und da gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Bis gleich.